Niccolo Machiavelli wurde am 3. Mai 1469 als Sohn eines Rechtsgelehrten geboren. Er schlug in der Geschichte der Philosophie ganz neue, selbstbewusste, subjektiv-pessimistische Töne an. Für ihn stand fest, dass jemand, der einer Republik Gesetze gibt, Zitat, alle Menschen als böse voraussetzen muss. Machiavelli ging folglich von einem egoistischen, verlogenen und gierigen Menschenbild aus. Er beschrieb nicht mehr den christlichen Gottesstaat des Mittelalters oder den auf Tugend aufbauenden Idealstaat der Antike. Machiavelli betrachtete die Politik unabhängig von der Moral. Im Anschluss an seine juristischen Studien war er als Beamter, Berater und Diplomat für die Florentinische Republik tätig. Italien war zu jener Zeit schaublosch politischer Machtkämpfe, was die Herausbildung Machiavellis gesellschaftlicher Überzeugung beeinflusste. Die politischen Wechselfälle der Zeit griffen auch drastisch in Machiavellis persönliches Leben ein. Verhaftung, Folter und Verbannung kennzeichneten dieses über mehrere Jahre. Die Verbannung auf das Landgut in St. Andrea bei Florenz nutzte er zum Verfassen unter anderem seiner beiden Hauptwerke Vom Staate und Der Fürst. In diesen berühmten Schriften beschäftigte besonders die Politik den Florentiner Philosophen. Ein Herrscher muss, um bestehen zu können, auch zu unmoralischen Mitteln wie Lüge, Betrug, Mord, Krieg und Intrige bereit sein. Im Interesse der Machterhaltung kann es nützlich sein, das Volk zu täuschen. Auch die Religion soll bewusst zur Festigung der Macht eingesetzt werden. Eine Mischung aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie soll im Staat gewährleisten, dass dieser nicht in den sonst üblichen Kreislauf verfällt. Aus der Monarchie wird die Tyrannei abgelöst von der Aristokratie, die zur Oligarchie ausartet. Die darauf errichtete Demokratie verkommt zur Anarchie, welche von einer Monarchie abgelöst wird. Danach beginnt der Zyklus von vorn. Unser Modell zeigt das Wechselspiel der Regierungsform, ähnlich wie es auch schon Aristoteles beschrieb. Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen versuchen, jede mit dem ganzen Gewicht ihres Egoismus, die Macht, die in unserem Modell von der roten Kugel repräsentiert wird, an sich zu ziehen. In diesem mechanischen Kräftespiel gilt es, möglichst viel Gewicht auf die eigene Seite zu ziehen und die gegenüberliegenden Kräfte ganz auszuschalten oder zumindest zu neutralisieren.